Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Gut möglich, dass es schon an Ostern in Sachen Fusion Deutsche und Commerzbank eine Entscheidung gibt. Umso mehr regt sich das Interesse bei Banken im Ausland. Sie stehen bereit, falls die Fusion scheitert. Die niederländische ING Bank habe beim deutschen Staat, dem größten Aktionär der Commerzbank, zudem beim Institut selbst vorgefühlt. Die Commerzbank ist nämlich jetzt heiß begehrt. Schon zuvor hatte die italienische Unicredit ihr Interesse bestätigt. Die Deutsche Bank will dagegen keiner. Die Politik weiß das, will die schwächelnde Deutsche Nummer 1 unbedingt stabilisieren, bleibt deshalb bei der Idee einer deutschen Lösung. Doch um welchen Preis wird zur entscheidenden Frage. Zur Erinnerung, zu den 42.000 Mitarbeitern der Deutschen Bank in Deutschland kämen fast 50.000 Commerzbankbeschäftigte dazu. Viele Positionen wären doppelt besetzt. Hohe Jobverluste inklusive hoher Kosten für die neue Großbank wären vorprogrammiert. Die niederländische ING kommt dagegen nur auf 4.600 Mitarbeiter in Deutschland. Ginge sie mit der Commerzbank zusammen, gäbe es kaum personelle Überschneidungen. Anders als bei Deutscher und Commerzbank sind sich die Geschäftsmodelle von ING und Commerzbank nicht unähnlich. Ein großer Stamm an Privatkunden, dazu Firmenkunden. Der Fokus der ING aufs Online-Banking, sie besitzt eine starke Direktbank. Die Commerzbank will laut Chef Zielke zur reinen Digitalbank werden. Die Niederländer hätten sogar angeboten, den Firmensitz von Amsterdam nach Frankfurt zu verlegen. Fast möchte man zurufen, worauf wartet ihr noch. Doch weit gefehlt. Commerzbank-Führung und Politik hätten das Anliegen der ING sofort beiseite geschoben. Geschäftsmodell, Finanzkraft, Gewinn? Fast gewinnt man den Eindruck, als spiele dies gar keine große Rolle. Apropos. 340 Millionen Euro Gewinn erzielte die Deutsche Bank 2018. 870 Millionen Euro die Commerzbank. Selbst zusammengenommen wäre dies nur rund ein Viertel des Gewinns, den die ING jetzt schon schreibt. Längst nicht sicher wäre, dass die rhein-deutsche Großbank überhaupt Gewinn machen würde. Dennoch steht im Raum. Nationale Lösung bevorzugt. Den viel beschworenen europäischen Geist sucht man indes vergeblich. Dabei müsste eine neue deutsche Großbank wohl auch noch Kapital aufnehmen über eine Kapitalerhöhung. Der Staat als Anteilseigner der Commerzbank würde diese wohl mit Steuergeldern mitmachen. Auch dies wäre politisch heikel. Anlegern ist dies alles sehr bewusst. Sie kaprizieren sich nur noch auf eines. Auf die Commerzbank als Objekt der Begierde. 13 Prozent hat deren Aktienkurs gewonnen, seitdem sich das Fusionskarussell dreht. Viele Interessenten. Das spricht für einen guten Übernahmepreis, so die Spekulation. Der DAX hat vor Ostern auch einen sehr guten Lauf. Er gewann rund 0,4 Prozent, steht bei 12.153 Punkten. Ein neues Jahreshoch. Auslöser waren heute gute Wachstumsdaten, die eine Erholung der chinesischen Wirtschaft belegen. Wenn es ihr besser geht, könnte dies schon bald der schwächelnden deutschen Exportwirtschaft wieder auf die Beine helfen. Das wäre doch schön. Schönen Abend.